Ja. Toll. Meine letzte Möglichkeit hat den Kopf zu gewinnen. Ist nicht weg. Cup of Pog Noddle... Snick, okay. Autsch. Ah, das war's für Lucifer. Verdammt. P.K.L.F. Abbaida... ...und du musst mal Goat. Okay. P.K.L.F. Abbaida... ...und du brauchst Amniko King. Den Kampf kann ich gewinnen. Den Kampf kann ich tatsächlich gewinnen. Ziemlich unwahrscheinlich, ich weiß, aber trotzdem. Verdammt, komm schon. Okay. Ich will auch noch was anderes machen, außer die ganze Zeit zu heilen. Ja. Du wurdest geohnt. Ja, jetzt bin ich Level 25. Wenn jetzt das Niko King Level 26 ist immer noch der beste von unserer Party. Uh, what? Cool. Yo, we want you so, 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 getting cheese puffed so clear. So, remember. Nun, ja. Hi, your God's Prince, Jojo. Yeah, equippen wir doch das. So kann sogar Julia tragen, aber ich gebe es lieber mir, weil ich mehr Speed brauche. Yeah, und jetzt gehe ich zum letzten Mal an Hot Spring. Okay, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part von Mother 3 vielleicht. Yes, die P-Stuff. Boah. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Mother 3 wieder. Ich werde auch screenshotten, also bis dann sage ich erstmal Tschüss.